Von Yannick aus Ragen. Ja, also weil ich sie mitspiele und habe gesagt, du sollst, wahrscheinlich soll sie selber fragen. Also, Scheinig sehe ich mich eigentlich nicht so. Hallo, Yannick. Hi, ich glaube, es hat dieses Panzerspiel, oder nicht? Dieses hier auf dem Hügel. Geh doch weg, Junge. Geh doch nach Hause. Ich geh doch schon weg. Nicht du. Achso. Der andere. Ja, okay, ich redere mich. Der Typ da hinten. Mit dem rosa Lenk. Was denn? Ich wollte dann jetzt aber auch aufgehen. Ja, okay, dann noch Schönen Abend, Scheinig. Schönen Abend noch. Schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss. Das tut mir schon... Da kommt was. Da kommt ein Kä... Nee, Bubi! Ha, daneben geschlagen. Ja, nein! Ihr Schweine! Ihr Schweine damit hat gemacht. Sven ist tot. Svet seht hier kein Land. Bubi, das ist unfair. Ich hab'n schicken Teammate. Du musst mich hängen lassen. Dabbi, nein. Ey, das wollte ich nicht, war ja. Er kommt in eure Richtung. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ja, geil. Ja, du, ich hänge jetzt packen. Ja, alles gut, scheinig. Ich dachte... Ich hab' den Joke in den Joke verpackt. Das ist die vierfache Meta-Ebene. Ich hab' das Gefühl, dass er hier irgendwo rumgammelt. Ich höre... Ich hab' den Kran ist, ja. Auf der anderen Seite vom Kran. Oh ja, moin! Beste Hilfe! Der Besuch David, ihr gerade. Von da, easy. Finde ich gut. Absolut fair. Easy Snack. Äh, ich höre ihn. Eeeh! Ich hab' Leertaste... Ja, ich habe Leertaste gedrückt, ja. Hat sie du verdient. Das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Finde ich witzig. Ich hab' Leertaste gedrückt. Das ist nicht fair. Willst du drücken, dann Leertaste? Ich hab' gar nichts gemacht. Er kommt zu uns. Äh, zu euch. Ey, ich hab' heute meine Gamer-Brille auf, ja? Was ist da los? Er singt. David! David! Hier, hallo! Hier, hallo! Zucke, zucke! Du hast gesagt. Ja, moin. Heil mich mal. Jagd er dich, Sven, oder jagd er in random? Ich hör' den noch, aber irgendwie... Irgendwie seh' ich ihn nicht. Ja, das ist so eine Art. Aber jetzt ist er weg. Komm, Janik, ich hab' da nen Gen angefangen. Das liegt, der noch am Start ist. Das ist doch so. Ooooooooh! Okay, Sven macht das schon. Ja, jetzt ist er wieder weg. Leute, bis an einem anderen Gang kann das sein. Ja, ich bin denen hinter dir gegangen. Lol. Ich verkrümmel mich auch mal. Ich glaub' da, Hoba-Boba kommt wieder. Hoba-Boba-Excel. Aber ich kann ja nix. Ja, der hat Barbecue dabei, das ist schlecht. Hügel! I see. Oh, oh! I see what they did. Der sieht's. Der sieht alles. Der sieht, nein! Ja, der hat Barbecue, was glaubst du? Hast du Schmerzen? Aber der tritt erst gegen die Gen, das heißt, ich kann abschmieren an Sven. Geil. Nö, kannst du vergessen. Sven! Nein! Sven! Nicht abschmieren. Ich mach' den ersten Hilfslauch und nicht abschmieren. Sven! Er kommt zu euch. Er ist bereit. Oh, ich hör' schon wieder die Kettensiege. Ja. Ich hab' gar keinen Bock. Oh Gott, er ist hinter mir! Oh nein, Sven! Jawohl! Ah! War witz. Alter, ey. Schlaube. Ich seh' wobei Barbecue ist. Ja, jetzt kommt der aber zu uns. Okay, dann ist es ein Rabe, den ich seh'. Oh, what the fuck. Was denn noch gar nicht mal zu... Sprintboostkicks rein! Jagd geht weiter. Jagd mich. Killerhütte mit ihm. Alles gut, oder? Schlecht. Finde ich echt nice. Achso, die... die andere Killerhütte. Von der Niceigkeit her ist das nice. Ja. Okay, ein drittes Mal, bitte. So, ausgeb... Tricks. Ich jag mich immer noch. Komm' nicht zurück, komm' nicht zurück, komm' nicht zurück! Ein Gen. Drei Gen. Nice Team. Und... Drei Gen. Och, come on! Ich war schon drüben. Frechdachs. Versuch' den anderen noch in den Chat zu machen. Ja, ich mach' grad' auch noch einen. Drei Gen. Drei Gen. Versuch' grad' den Taschellampen-Trick. Hat natürlich nie geklappt. Also... Also versagen. Genau. Er geht jetzt in Richtung... Noch ist er bei mir. Er geht in Richtung Kran. Also, David wahrscheinlich. Okay. Ja, den hab' ich auf die Hälfte runter. Ja, geh' zu dir. Na ja, dreht um. Alles gut. Kannst weitermachen. Okay. Guck mal, nein. Ist wieder ein Camper-Bubba. Also wieder ein Kind, was fünfmal auf den Kopf gefallen ist. Jetzt gehen wir in Richtung Kilöte. Sven läuft in die Arme. Bubba! Jetzt ist er wieder bei mir. Läuft wieder in Richtung David. Also Richtung Kran. Können die Arme weg? Ja. Okay, wir laufen jetzt mal in eine andere Richtung. Ja. Oh, bist du schnell. Alter, Huber hat's richtig verkackt. Ich referiere dich mal eben schnell. Leera? Ja, nicht für. Komm? Einmal hier den Gän machen wir dann hier. Huber. Ja, nice. Müsst aber eine Pip-Runde sein. Sollte eigentlich. Gut, dass dann Kack-Bubba ist. Er kommt zu euch. Er kommt zu euch. Also. Dann soll er mal den Random jagen. Der war doch auch noch vor uns in der Nähe, oder nicht? Der war auch irgendwo, ja. Ja, Bubba. Ah, da kommt er. Okay, dann mach ich jetzt nämlich den Gän weiter. Ich lese es gleich. Ist ein bisschen viel Text, um ihn auf einmal zu lesen. Ich lese es aber gleich. Ich lese es aber gleich. Shining. Shining. Und das war's. Mach mal den Gän, Leute. Ja. Ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Ich bin fast fertig. Ich bin bei über 75. Also kannst du den Gän eigentlich aufhören und Yannick helfen? Ja, okay. Solltest du Adrenalin dabei. Nochmal Sprint-Boost nutzen. Yannick, gleich kommt Sprint-Boost. Solltest du Adrenalin haben. Ja, hab ich. Zwei Sprint-Boost hintereinander. Snack. Easy. Mach die Tür links von dir auf. Mhm. Läuft zu dir die Tür? Bei der ersten Hütte. Ich bin bei der anderen. Ausgemacht. Der hat seine Säge verkackt. Okay. Mach mal's mal. Ganz auf oder noch nicht? Mach ganz auf. Ganz auf, mach ganz auf. Der andere ist ja auch schon. Bin gleich da. Oh oh. Ich glaub, das reicht nicht. Das reicht nicht. Das ist hinter dir, Sven. Mach rein. Ich dachte, der hat an ihm geschlagen. Scheiße. Der hat gesägt. Hat er random ganz aufgemacht oder du, David? Nee, ich habe aufgemacht. Aus Versehen, weil ich mich aufs Schreck mehr oder weniger. Ach so. Okay. Ach so. Okay. So. Ich bin gleich frei. Ich bin gleich frei. Mhm. Okay. Machst du auf? Nee, Drydy macht das. Drydy macht das. Okay, Drydy hat aufgemacht. Ja, ich reine auf das andere. Das wird so doof bei euch. Ja. Ja. Der ist wahrscheinlich gleich hinter mir her. So, gar kein Bock. Oh man, der... Da kann man vorne nur rumschlagen. Also Sven, daran bist du jetzt aber. Ja. Ähm. Vielleicht können wir ja doch noch... Einer der Gründe, warum ich hier so gerne CS gespielt habe, war, weil die anderen halt nichts anderes gespielt haben. Was sie zum Beispiel auch mögen und wir mögen. Hm. Ist das Spiel? Die gab's ja nicht viel. Die hab ich vorhin nutzt dich halt nicht, mit so wenig Mann. Nee. Und Among Us auch nicht. Mal ganz kurz zur Seite. Also, da hab's ja nichts anderes als CS. Das müsste es sein, glaub ich. Und CS ist es halt auch einfach nicht mehr. Das ist ja jetzt gleich letzte Folge, bis ich Gold werde. Also von daher, easy. Und Mirko ist halt so ein Call of Duty-Spieler eigentlich. Fight hat ja auch wieder mit COD angefangen. Mhm. Vier krass. Nur Call of Duty sind die halt nicht so, ne? Aus dem Alter bin ich auch so. Ja. V-Magic-Mirror genau. V-Magic-Mirror genau. V-Magic-Mirror. Das einzige, was ich bei Call of Duty gut fand, war Warzone. Ja. Das war bei V-Magic-Mirror, oder was? Ja. Haben wir auch sehr viel gespielt, aber sobald du da raus bist, sag ich mal, oder du denkst mit meiner Pause, bist du halt raus. Ja. Ja. Ja, ich hab's. Da sind nämlich ein japanisches. Aber solange man drin ist, macht's auch Spaß, also. Hm. Wait. Aber ich glaub jetzt, wenn wir jetzt immer viel anfangen würden, wär wie bei Rainbow. Ist aus Japan. Genauso wie die V-Tuber. Ich glaub. Obwohl. So. Ich glaub bei Warzone wär's auch nicht ganz so schlimm wie bei Rainbow. Hm. Ähnlich schlimm, aber nicht ganz so schlimm. Ja, aber. Okay, gehört mich. Gut. Hi. Auf ähnlich schlimm, hi, was gedacht. Aber auf ähnlich schlimm hätt ich auch keinen Bock. Ne. Ich bin ganz ehrlich, aktuell Shooter-technisch ist alles scheiße. Ah. Was man auch Bock gemacht hat, war Quantum League, aber das war ja glaub ich nur mit zwei Leuten. Na, Quantum League fand ich nice, aber das ist halt auch so, so Indie-Nische. Oh, ja. Weißt du? Ja. bury Michael. Der steht ja von neben uns. Oh mein Gott. Ja Moin. Weißt du, Duppmann sagt Hallo Sven? Ich guck mich um wo Sven denn? Seh Michael wie er davor steht. Oh 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 oh. In dem Moment hab ich auch so die Kamera rumgedreht, oder Wang? �이 da seh ich auch Söni mich halt um die Ecke. Michael steht einfach. Spiegelmeires... Ah, Alter, ich hasse mich! Der ist so geil. Doch, Spiegel, Meyers. Oh, egal. Bis auf jeden Moment lebe ich das Spiel. Oh, moin, Meyers. Was geht? Oh, oh. Wer hat der Erkund-Gunstor? Ja, genau! Du, ich... Wie das ist dein Messer? Hat der... Hat der Ninjas... Hat der hier ein Samurai-Schwert dabei, oder was? Meiner... Gleich, gleich... Richtiges Katana, Alter. What the fuck? Was ist denn mit dir los, Junge? Ah, der hat Dauerständer. Hätte ich auch wenigstens. Der hat einen Dauerständer. Und ist ein Camper Meyers. Camper Meyers, da da da. Aber wieder was für die Bestaufclips. Jawohl. Immerhin. Ich geh... Immerhin gewinn ich und verliere ich sie wieder, meine Pips. Jawohl. Ist er noch bei dir? Ja. Ja. Der guckt mich an. Jetzt läuft er mal wieder weg. Jetzt kommt er so in eure Richtung. Ja, okay. Also straight. Okay, ich hör Michael. Also zu den... Also zu... Okay, kein Dauerständer. Oh! 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 Mama! Mama! Hilfe! 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 Nein! Aber wie gesagt, Shining, das Programm kannst du ganz gut verwenden dafür. Vor Phase 2! Jannik ist es! Hype! Ganz, ganz knapp, ey. Hi nicht. Ja. Ja. Ja aktuell, Shooter-technisch, du kannst zwar Rawzone versuchen. Oh, sorry, ich hab mich gelegt. Denn es ist es. Ah, Michael, guck mal wieder! Ich zieh durch! Ich zieh durch! Ich zieh durch! Nein, ich zieh durch! Rawzone sind halt überall Hacker. Das ist das Problem. Mhm. Ist aber besser geworden, hab ich gedacht. Ja, das hörst du von den Hackern. Aber ich mein, Rawzone hat auch ein cooles Event, weißt du? Atombombe live, so ein Live-Event, Atombombe platzt auf die Map. Also es ist schon ganz geil. Also so die Ideen, die sie so haben, weißt du? Also da haben sie schon viel dran gemacht, so im Gegensatz zum Vorgänger mit Blackout. Das ist richtig. Und mit euch, wenn ihr sagen würdet, ihr spielt das, würde ich es mit euch spielen. Aber ich seh's halt ähnlich wie du, also ich find's auch schwierig. Es ist halt, es ist... Ja, es ist eigentlich noch Trio, oder wie haben wir das jetzt aktuell geändert? Oh, keine Ahnung, kann ich hier nicht sagen. Weil mal war Trio, mal war Trio, mal war Quartett. Glaub, keine Ahnung. Der Meyers hat mich nicht gesehen. Ja, mich auch nicht. Jetzt häng dich ab. Aber wir können den anderen hinterher. Dankeschön. Ja. Wir gehen erstmal in die Richtung, bei dem Gen. Ja. So, hier. Lass mal Sven blockieren. Nice. Schön in der Ecke jetzt begrabbeln. So kenn ich ihn auch. Dankeschön. Dankeschön. Oh, ich hör ihn schon wieder. Der ist so umschmierender Lapp. Der Lumsack. Oh, der ist hinter uns. Gut, dass Micha eine Blinde Micha ist. Das Perk find ich gut. Blinde Kuh, Micha. Danke. Mhm. Ja, und Apex ist zu schnell. Also ist das für meine Verhältnisse. Ja, Apex finde ich so an sich nicht ansprechend genug. Weißt du, dass mir so irgendwie zu... Ja. Naja. Also es ist jetzt... Einmal kurz gespielt. Ich hab Apex am Anfang gespielt. Mit Bernd sogar. Es hat mich halt nie richtig gecatcht. Ich hab am Anfang sehr viel gespielt. Ich glaub ich hab Season 1 und Season 2 gespielt. Also Battle Royales hab ich mittlerweile alle durch. Mhm. Ganz, ganz am Anfang hab ich Fortnite gespielt. Fortnite! Hab ich auch gespielt. Meine letzte Runde war, wo ich gewonnen hab mit Fortnite ohne einen Kill zu machen. Und dann hab ich aufgehört, weil besser ging's nicht mehr. Das ist aber auch schon eine Weile her. Das war auch auf der Switch. Ja. Ciao Shining. Das war das letzte Game, was ich so mit Kumpels auf der Switch glaub ich gespielt. Bei mienseren kann das processor seul BIKEL Oamientos sein. Was ist dann welchen Material für madre zu sagen? Also online! Was hab ich, was... Michael, Michael kommt! Wo, wo, wo? Von Sempelin aus Sempelin! Boah, das Sven hat gehörtort schon! Ich hab gedodged! How played? Ja, aber ja, der verfolgt Sven. Ich hab das nicht. Ok. Ach nö! Ähh,äh,äh,äh... Nein, da verfolgt ja niemand. Hä,äh,äh,äh,ha! Gregor Westen! Hey,aaah,äh,äh,äh,ih,äh,異, Passover, espère,ih,ã,äh, verg'i,h,äh,äh,äh,äh. David, nein. Das ist ja ein Spiegelmeier. David, nein. Komm, ich gönne mir jetzt noch ein Item zum Finale. Der, der verfolgt mich eine Zeit lang. Ich suche jetzt einen. Der hat Bock. Der hat Bock, mich hops zu nehmen. Ich gebe wieder zu dem Gen zurück. Easy. Ja, okay. Ich gelauf jetzt auf einmal in die andere Richtung. Ja, nimm mal den Gen. Ich hab den. Der ist jetzt mein Meiers. Mein Schätzelein. Wie romantisch. Finde ich auch süß. David denkt, dass er die Hosen anhat. Läuft er wieder in Richtung Zeppelin, David? Ja. Keine Ahnung. Animation. Ja, Zeppelin. Okay. Ja, ich sehe ihn. Sven, du kannst David abhängen. Er ist auf mich konzentriert. Easy. Ich glaube, der ist bei David, oder? Ja. Ja. Ja, trotzdem. Hat einmal daneben geschlagen, weil ich einfach der wahre Killer bin hier. Also der ist ja auch Rank 21, ja? Das muss krass sein. Ich hab wieder gegen unseren Gen getreten. Jacken mich jetzt. Also ihr könnt jetzt einen neuen Gen suchen, oder den weitermachen. Ich logge ihn von dem Gen, nehme ich jetzt weg. Oh, oh. Ich glaub aber nicht mehr lange. Hehehe. Sven, du kannst Yannick helfen, ich und der Render macht gerade den Gen. Okay. Scheiße. Janick, nee. Hat er das Messer unten? Nee, ist noch oben. Schlecht. Mhm. Ja, ich muss aber nicht mehr so lange gehen. Ich hab ihn ein bisschen noch hingehalten. Mach den ruhig noch den Gen. Er geht jetzt in Richtung von den beiden. Okay. Ich hab ihn zurück nicht. Er geht, ich glaub zu dir. Lul. Mhm. Wir laufen dann erst wieder zu unserem alten Gen Sven. Ein bisschen Abstand nehmen, weißt du? Ja. Könnte ich mir aber auch vorstellen, dass er Barbecue hat. Okay. Attacke. Mhm. Jetzt ist er Stufe 2. Jetzt macht er dir keinen One-Hit mehr. Perfekt. Ja, einmal hier rüber. Hier ist okay. Hier haben wir jetzt mal ein bisschen Abstand. Ja, ich glaub ja noch zu uns, oder? Keine Ahnung. Ja, noch ist er da, aber Tendenz zu uns, ja. Rechts an uns? Hab ich was gesehen? Ja. Ja, rechts an uns. Ja, macht nix. Gen ist gleich fertig. Hat er es nicht gesehen, weil er blind ist? Oh Gott. Snack. Dann holen wir... Ich hole Rang 21 für die Points an. Dann macht er schon. Was ist mit dem Gang? Kann ich den nicht machen? Nee, braucht er nicht. Ist fertig in 3, 2, 1. Now. Sehr geil. Ja, wild. Welchen Ausgang nehmen wir? Ähm, der... Wir haben den ganz hinten. Den ganz hinten machen wir beide gerade. Er ist bei der Killerhütte. Vielleicht. Hier ist die Luke. Mhm. Direkt am ersten Gang, den wir machen. Wollen, by the way. Oh oh. Ja, das Messer oben. Ja, aber es... Alles gut. Er hat Sven. Äh, ja. Der Random hat die Tür aufgemacht. Horrend. Sven. Oh nö. Ciao Sven. Oh Mann! Die springen über Paletten. Ist so kacke. Was? Selbst wenn schnell und leise hat man keine Chance. Stimmt, leise bringt ja nix. Das ist ja nur leise. Und nicht schnell. Ja, aber... Das ist ja nicht schnell und leise, weißt du? Was heißt das schnell und leise? Er hat das Messer unten. Aber nicht richtig schnell und leise. Wow. Auf den Hügel. Jetzt hat er das Messer unten. Krass. Nee, noch nicht. Ist nach oben. Nee, ist doch nach oben. Du bist doch rechts am Totenkopf. Hä, ich hing schon mal? Ja. Ach ja. Ja. Aber er campt nicht, also... Ja, Nick, ich geh jetzt raus, ne? Also... Ja, ich hör Sven. Scheiße, ich bin tot. Ich bin tot! Ich bin tot! Carver? Nein, Carver is a bitch! Carver is a bitch! Carver is a bitch! So, keine Stufe 3 mehr? Nooo, keine Stufe 3 mehr. Jetzt... Carver is a bitch! Carver is a bitch! Carver is a bitch! Gezock mich! Mann! Warte, noch nicht. Was ist denn das? Bis hier? Bis hier? Ja, nice. Oh, Mann, oh! Hier ist Sven. Oh, tschuldig! Alles klar. Alle raus! Nice! Ihr das überlebt! Fuck! Ja, Pip! Leute! Pip! Pip is win! Ich weiß! Ich war los! KSide! Okay, jetzt? Mit dir, ich zu capieren! Puh! Allan, create! Oh, nee! Weiter! Ich war's!